Spielverlagerung von Kubi, Iwo zu tun, den Ball unter Kontrolle zu bringen, aber hat er, schöner Pass von Basti wieder auf David, Maxi auf David, herrlich, jetzt, was ist jetzt, Jungs, jawohl, da ist das 5 zu 0, nach Supervorbeit von Maxi auf den David in der 26. Spielminute, das 5 zu 0, schöner Spielzug hier.